Stefan steht wieder auf, wankend, blass, aber erhebt sich und blinzelt leicht. Herr Sekundus, ich gehe euch gut. Ich kann mich nicht mehr erinnern, hierher gekommen zu sein, Schwester Oberin und... Ich gehe so auf ihn zu und lege ihn so ganz väterlich mit der gleichen Manier, wie ich mit meinen Gläubigen umgehe, die Hand um die Schulter. Es ist alles gut, mein alter Stefan. Es haben sich nur noch weitere Wege aufgetan, in denen du mir nützlich sein kannst. Es ist nicht immer schon ein höchstes Bestreben gewesen. Natürlich, ich diene dem Haus Schönborn. Wer ist die... Wer ist die schöne Frau dort? Da... Davon solltest du... Daran solltest du gar nicht erst weiterdenken, mein guter Stefan. Das fällt mir unglaublich schwer. Sie ist nicht für deinesgleichen bestimmt. Das dachte ich mir. Darf ich sie trotzdem anschauen? Sven Viev wirft ihm ein ganz leichtes Lächeln zu, so ein Mona Lisa-Lächeln. Hätte er genug Blut in sich, um zu erröten, würde er es tun. Aber er muss erst... Oder vielleicht doch. Ich meine... Wer bin ich, ihr vorzuschreiben, für wen sie bestimmt ist? Mein Herr, was... Was nun? Ich meine... Was ist das für ein Keller? Was ist das für ein Ort? Das sind unsere neuen Freunde, mein guter Stefan. Und einer von uns wird uns in sein Domizil beherbergen, bis wir Rache dafür nehmen können, dass das Domizil jener von Schönborn von den Handlangern anderer Adelshäuser niedergebrannt wurde. Ich bin noch nicht gänzlich über die weltlichen Probleme hinweg. Das ist immer noch etwas, was an Sekundus natürlich nagt, was da geschah. Ich hörte, der Herr anschwieg. Ich habe es ja berichtet. Der hat Unrecht von uns gesprochen und den Herrn Walter in Dinge beschuldigt, die er nicht getan hat. Und über das Haus Täufer hat er auch geschrien und hat seine Wachen versammelt, diese Söldnertruppen und das seit Tagen. Ich habe gesagt, er redet im Wahn, er redet wir, er redet toll, ob der Bestie und der Toten, die ihm... Gott vergelt, das war eine schlimme Sache, aber wir, Haus Schönborn, hat nie mit Bestien oder Mördern verkehrt. Natürlich nicht. Ich wende mich mal kurz an die anderen. Es wurde davon geredet, dass Zeit erkauft wurde, doch würde ich befürchten, dass diese Situation weiter eskalieren könnte. Denn bevor mein Onkel starb, vertraute er mir an, dass mein Vater, das Oberhaupt des Hauses, auf dem Wege sei. Wenn er mitbekommen sollte, dass ein anderes Adelshaus gegen uns losgeschlagen hat, wird sein Stolz ihm Vergeltung gebieten. Das wird die Situation eher anheizen, denn beruhigen, fürchte ich. Dann sollten wir die Angelegenheit vielleicht vorher klären. Nur, wo wir gerade beim Thema sind, solltet ihr in dieser aktuellen Situation weiterhin öffentlich den Namen Schönborn tragen. Ist das schlau? Ihr seid ein Neffe. Habt ihr hier schon gelebt? Hat irgendjemand Kenntnis von euch und eurer Abstammung? Würde euch jemand in den Straßen wiedererkennen? Ich fürchte, ich bin einer der drei amtierenden Vikare der Stadt. Gewiss würden sie mich erkennen. Dies könnten wir zu unserem Vorteil nutzen, um gegen Feinde zu hetzen, gegen die es sich gehetzt gebührt. Doch möglicherweise sollte ich, wenn gedungene Schläger nach Mitgliedern meines Hauses in den Straßen suchen, nicht immer mich sofort blicken lassen. Ihr könntet doch sehr leicht zu einer Zielscheibe werden. Ja, ich würde sagen, dass wir vielleicht versuchen, das auf den richtigen Zeitpunkt zu verschieben. Dass ihr zu der Zielscheibe werdet, das kann sehr wertvoll sein. Aber vielleicht nicht sofort. Ein Köder. Ein kleiner Wurm. Herr, was reden die? Ich bin nicht ganz sicher, ob er mag, in welche Richtung das Gespräch jetzt geht. Aber erneut sagt er nichts. Als Stefan wieder die Stimme erhebt, schaut Jennifer. Ja, Jennifer, du merkst auch, da war noch was. Stefan ist noch nicht gegult. Er ist tatsächlich sterblich. Und nachdem jetzt Ifreem Bader sich verabschiedet hat, scheint er auch nicht mehr komplett unterm Bann zu sein. Es ist jetzt nicht super beunruhigend, dass da eine Nonne steht und eine wunderschöne Frau, sein Herr und dieser blutverschmerte Arzt. Aber Stefan geht es nicht so gut tatsächlich gerade und hat irgendwie so einen inneren Fluchtinstinkt. Kann ich ihn in meinem Bann ziehen? Du kannst mit Präsenz auf jeden Fall ihn beruhigen. Aber zum Gulen müsste tatsächlich Sekundus dann erklärt bekommen, wie das funktioniert. Und das weiß Schwester Maria. Also Stefan drängt sich so ein bisschen gegen die Mauer und versucht jetzt so ein bisschen seitlich Richtung Ausgang zu schielen. Ich gehe auf ihn zu, während ich aber zurück zur Sekundus schaue. Eine Sache sollten wir erledigen. Etwas, was zumindest vorgeschlagen würde von von Bader. Und ich greife dann an die Schulter und in den Nacken von Stefan. Und du siehst, er hat einen Rosenkranz rausgefriemelt. Und Herrin, Schwester? Wann habt ihr zuletztes Mal vom Blute Christi getrunken? Ach je. Meint ihr mich? Ich meine dich. Sonntag, Sonntag natürlich. Ich war im Dom zugegen das Haus Schönborn. Bis auf Herrn Walter, der tatsächlich tagsüber immer in seinem Kontoren... Bis auf Herrn Walter sind wir immer gemeinsam... Mein Herr Sekundus ist Zeuge. Wir waren im Dom. Evan, beruhige dich. Lege diesen Rosenkranz weg. Du kannst mir verbrauchen. Maria. Amon, euer Messer vielleicht noch einmal. Es wird dir dann vertraut vollkommen. Du wirst das Blut deines Herren trinken. Ich werde was? Komplett blass. Ja, der Rosenkranz zerreißt. Ich gebe der Herrin mein Messer. Ich ziehe ihn runter, dass ich seinen Kopf so unter meine Wange drücken kann. Du spürst Tränen. Und das erste Mal wirst du wirklich wahre Gnosis erfahren. Glaub mir. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Öffnet es... Öffnet Sekundus eine Ader so weit, dass wir ein wenig von seinem Vitae an Stefan geben können. Natürlich, Herren. Und ich versuche wirklich sehr präzise eine Ader zu öffnen. Wofür ist dies notwendig? Ich gebe sie ihm die Hand. Ja. Ihr seid ein heiliges Gefäß, Sekundus. In euch wird Blut zu etwas anderem. Eine Transubstantion einer ganz besonderen Art. Und was es wird, ist, wie Manna, wie Taude vom Himmel herabfällt. Und die Sterblichen, die es trinken, werden... Und sie werden es immer wieder trinken. Jetzt schaut Stefan mit großen Augen hoch. Tränen verschmiert aber mit großen Augen. Es ist ein Band, das ihr knüpft. Zwischen euch und euren Untergebenen, euren engsten Vertrauten. Sieh's nicht? Stefan, ein wahres Privileg? Ich habe geschworen, eure Dienste anzunehmen, eure Feinde zu zerschlagen. Und er löst sich leicht von Schwester Maria. Er schaut auf Genevieve und dann auf den Dolch, den Helmon führt. Und aus deinem Handgelenk raus, über deinen Zeigefinger, ein Tropfen Blut. Du müsstest dir einen Blutpunkt streichen wieder. Und dafür guhlst du nun deinen treuen Hausdiener. Und mit dem einen Schluck, den er nimmt, geht deine Viterien ihn über. Und er ist an dich gebunden, mit einem Blutband der Stufe 1. Du bist dem Göttlichen nun näher als je zuvor, Stefan. Hast du es nicht gehört? Ich spüre es. Von der Schwester persönlich. Ich höre es. Ich schmecke es. Gut, dann haben wir ja jemanden, der mir helfen kann, auch ein Zimmer vorzubereiten. Ach, shit. Was hast du gesagt? Ich meinte, mit größten Vergnügen helfe ich, Herr Doktor. Gut. Die Dunkelheit ist knapp. Wollen wir sie nutzen? Ich meine, wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen. Das haben wir. Können wir heruntergeben, dann das Haus vorbereiten? Nun, ich ziehe es normalerweise vor, alleine zu leben. Aber wenn mir er hier zur Hand geht, er verbeugt sich, zu Stefan, dann sollte das sicherlich schnell machbar sein und auch erledigt werden können. Keine Sorgen, Stefan ist sehr fleißig und pflichtbewusst. Sehr fleißig und pflichtbewusst. Und er schreit wieder zu Genevieve. Meistens. Dann beschreibe ich ihm, wo das Haus steht und gebe ihm einen Schlüssel. Sehr wohl, ja. Ich gebe ihm sehr, sehr präzise Anweisungen, welches Zimmer er zu betreten hat und welches nicht und was er weg zu bewegen hat und was nicht. Ich werde alles wie aufgetan durchführen, Herr. Und fasst nicht das Regal mit den Gläsern an, haben wir uns verstanden. Nicht das Regal mit den Gläsern, Herr. Doch nicht die Papiere sind wichtig. Natürlich, Herr. Gut. Das heißt, wir suchen Spuren. Genevieve. Ja. Ihr seid gerade erst eingetroffen, richtig? Drei Nächte ungefähr bist du hier. Ist Faktur dumne Beleidigung? Nein. Das heißt, einfach nur vertraute Personen, die hier sind. Okay, gut. Wie hast du es genannt? Das ist mit der altersche Bitch. Du Faktur dum. Wow. Wir sind vor zwei Nächten angetroffen. Eigentlich. Ich finde es gut, jemand, der noch nicht irgendwie voreingenommen ist von dieser Stadt, sollte uns sagen, wo wir auf die Suche nach Spuren gehen. Im Haus der Täter? Im Haus, das brennt? Vor der Stadt? Ich würde sagen, dort, wo das letzte Opfer gefunden wurde. Also, bei den Ausschwieg. Anschwieg, genau. Anschwieg von Weiler, genau. Genau, ihr habt die Stadtmauer, ihr habt das Haus Anschwieg, die Täter, beziehungsweise die Aufrührer. Und ihr habt das Haus Täufer, was ebenfalls auf der Opferseite war, sozusagen. Helmut, du kennst Täufer. Ja. Das ist, genau, ein Haus im Handelviertel, außerhalb des Mainzer Rings, also in deiner Nähe. Und Haus Anschwieg ist unweit der westlichen Stadtmauer und nahe einer der weiteren Kirche St. Maria. Herrin, ich habe gute Kontakte zur Familie Täufer und könnte anbieten, dass wir dort einmal nachfragen, warum denn dieser Gräuel gegen sie gelegt wird durch die von Anschwiegs. Und ich habe ein Interesse daran, dass den Täufers nichts passiert. Wie meinen? Sie scheinen... Veneri, fühlt sich das gut an für dich? Wenn meine Schwester vertraut, dem vertraue ich. Und wenn ihr sagt, ihr bürgt für diese Familie, dann sehe ich keinen Grund, ihnen zu misstrauen. Sag mal so, ich bürge für einen der Familie Täufer. Ich meinte auch, eigentlich fühlt es sich für dich richtig an, dort anzufangen. Ja? Ja? Gut. Irgendwo müssen wir anfangen. Sagt mir eines noch, die Anschwiegs und die Täufers, wie, wie viel wissen sie von dieser Welt? Wie weit sind sie verbunden? So wie es offensichtlich die Schönborns ohne mein Wissen all die Jahre waren. Die Anschwiegs sollten nichts wissen. Und was die Täufers angeht, ich richte den Blick auf den Kapaduzianer, müsst ihr mir das wohl sagen, wenn ihr mit ihnen so gut steht? Soweit ich informiert bin, wissen sie nichts, oder? Ja. Du weißt nur, dass, wie gesagt, über Sofia Giovanni, weißt du, dass es Handelsbeziehungen nach Italien wohl gibt. Und dass es mit dieser großen Familie Giovanni irgendwas zusammenhängt. Aber nichts von der Welt der Dunkelheit. Was wissen wir denn über das erste menschliche Opfer? War im Hausstand der von Anschwiegs. Genau. Das erste Opfer innerhalb der Stadtmauern. Ein Büttel. Also ein Wachmann, der Anschwiegs. Und was vielleicht Sekundus mitbekommen hat, ohne jetzt tief in diese Bestiensache reinzukommen, weil du Wichtiges zu tun hattest im Domizil, dass sich Anschwieg daraufhin tatsächlich, weil seine eigenen Hauswachen, seine Hausdiener sozusagen hingeschlachtet wurden, hat er sich mit bewaffneten Männern ausgestattet, einem Söldnertrupp namens Schwabengold. Anschwieg ist von Paranoia ergriffen. Ich hörte, dass er Söldner anheuerte, um seine hingeschlachteten Wachen zu ersetzen. Doch warnt mir vielleicht, dass er auch mehr spielt, als er in Wirklichkeit fürchtet, um dies zu seinem Vorteil zu nutzen und gegen seine langjährigen Rivalen zu schlagen. Er scheint aber nicht zu wissen, womit er es wirklich zu tun hat. Also ist er nur ein Opportunist und nicht der Drahtzieher hinter dem Ganzen? Wenn er bislang gar keine Verbindungen in diese Welt hat, würde es mich zumindest überraschen, wäre er der Drahtzieher hinter der Bestie. Doch ausschließen können wir es selbstverständlich nicht. Aber was mich wundert, ist, ihr sagtet, ihr hattet immer schon den Verdacht, dass es mehr gibt. Warum? Es gab immer wieder Geflüster in der Kirche unter jenen, vielleicht auch jüngeren Akkolyten, die sich den okkulten Studien verschrieben. Und selbstverständlich schien es mir immer wie Unsinn. Doch eine kleine Stimme flüsterte doch, hm, was, was, wenn nicht, was, wenn es wirklich noch mehr gibt da draußen? Und wie könnte ich es zu meinem Vorteil nutzen? Hm. Ihr habt sicherlich nicht verfehlt, von welchem Clan ihr den Kuss erhalten habt. Oh ja. Wenn man sagt, dass die einen das Schwert erhalten haben, um über das Weltliche und den Leib zu richten, und die anderen den Hirtenstab, um über die Seelen zu urteilen und zu richten, vergessen sie immer, dass irgendwo dazwischen noch etwas anderes geschehen ist. Aber es sickert immer wieder durch. Ich meine, ihr seid vom Blute. Und immer reden sie nur davon, welches Blut in den Adern fließt, und dass das Blut beisammen gehalten wird durch Heirat. Und er gibt es tatsächlich um einiges mehr Sinn. So können wir auch nicht gänzlich ausschließen, dass Anschwieg doch in irgendeiner Form Bescheid weiß. sich vielleicht sogar verbündet hat mit der Bestie, um seine weltliche Macht zu mehren? Ich halte ihn durchaus für in der Lage, seine eigenen Büttel der Bestie zum Fraß vorzuwerfen, nur um einen Anlass zu haben, den Mob auf uns zu hetzen. Herrin, ich bin nicht ganz firm darin, muss ich gestehen, wie es sich mit Kindern unseresgleichen verhält, die nicht unter der Obhut eines von unseren aufwachsen, die zurückgelassen worden sind. Wie äußert sich diese, dies, was dann aus ihnen heraustritt? Wie die Mutter Oberin schon gesagt hat, ist die wichtigste Regel in unserer Zunft, der Respekt gegenüber den anderen, den Älteren und den Regeln. Ein Kind, das ohne diesen Respekt aufwächst, ohne den Respekt vor dem Leben, wird seinen Hunger stillen ohne Rücksicht auf Verluste. Und wer seinen Hunger stillt, wird zur Bestie. Ich finde, Genevieve, ein wenig unterschätzt du damit die sterblichen Wurzeln, aus denen wir alle stammen. Es ist nicht zwingend der Respekt vor den Älteren, der dafür sorgt, dass man nicht wütet. Es ist der eigene Maßstab und der eigene Moral. Und es ist die Überzeugung, ob man Monster ist oder nicht. Aber wenn die Umstände schlecht sind und niemand eine schützende Hand oder eine helfende Hand reicht und eines überzeugt ist, ein Monster zu sein, warum dann noch Moral? Warum dann noch Rücksicht? Warum dann noch Kämpfen darum, das Richtige zu tun, wenn man denn schon verdammt ist? Wenn ein Kind nicht lernt, dass die eigene Macht eingeschränkt ist mit so viel neuer Macht in den eigenen Adern gegenüber denen, die ehemals seinesgleichen waren. Wenn die Angst fehlt. Habt ihr Kinder? Hab ich Kinder? Darfst du dir selbst, also da du am Anfang einer Dynastie bist, die auf jeden Fall bis dir die Neuzeit reicht, darfst du dir gerne überlegen, ob das so ist. Ich habe bisher ein Kind in die Welt der Dunkelheit eingeführt. Lebt es noch? Es lebt noch. Dann bin ich vielleicht geneigt, euren Worten auch ein bisschen etwas Weisheit zuzustehen. Wir sollten sparsam sein. Mit Weisheit? Mit dem Geschenk. Mit Weisheit. Nein, niemals. Mit dem Geschenk, das wir verteilen können. Und immer genau überlegen, wer geeignet ist. So wie wir niemals einen Mörder oder eine Bestie, die schon als Sterbliche eine Bestie ist, zu unseresgleichen machen sollten. Ja, das ist noch nie passiert. Das habe ich nicht bezweifelt. Ich sage nur, dass wir auch Respekt vor dem Leben haben sollten, das wir hinter uns gelassen haben. Habe ich nicht genau das. Wir sollten zu den Käufers gehen. Es gibt noch eine weitere Theorie, die ihr sicher besser beurteilen könnt als ich, der ich neu bin in dieser Welt. Doch nachdem ihr sagtet, dieses Spiel in den Schatten wird ganz ähnlich geführt wie das zwischen Adlingen der echten Welt, so scheint es mir doch, dass auch so manche in diesem Machtgefüge davon profitieren könnten, dass das Haus Schönborn nun geschwächt wurde. Wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass die Bestie doch diesen Reihen entspringt und benutzt wurde, um meinen Onkel aus diesem Hofe zu entfernen? Ich halte es nicht für unmöglich. Das ist gut zu wissen. Ich drehe mich zur Tür um und gehe ohne weiteres Wort. Ja, du näherst dich der großen Tür, die wird dir aufgetan tatsächlich von einem Ghoul, der dahinter gewartet hat, um diese Tür zu öffnen, verneigt sich vor dir und lässt die Tür offen für den Rest, der noch darin steht, beginnt dann aber tatsächlich die Kelche und die Karaffen einzusammeln und das Elysium komplett aufzulösen, sozusagen. Schön, wer trinkt ihren Kelch noch kurz aus? auszustehen. Mein Kelch ist ja schon weggegangen, um das Domicil einzurichten. Genau, dein Kelch ist schon weg. Den Tisch entlang gehen und Norgal austrinken. Nee, nur den eigenen. Wir müssen einfach reinnehmen, alles zusammenpissen. Stangria nennen wir das, wo ich herkomme. Beste Blutgruppe. Ja, gut, dann alles. Ist Lucille noch da? Nein, tatsächlich hat die Prinz das Elysium aufgelöst. Okay. Aber die Diener von ihr sind noch da, das heißt, wenn du ihnen was mitteilen willst, das sind Ghule, tatsächlich. Nee, alles gut. Gut. Amon verhüllt sich und tut er noch das raus. Ja. Ihr steht mitten in der Nacht in einem wolkenfangenen Mond in den Straßen Mainz auf der Domplatte. Vor euch der Marktplatz und dahinter eröffnet sich einmal das Handelviertel und einmal dann westlich die Stadtmauer. Das heißt, in den Westen geht es zu Haus Anschwieg. Geradeaus geht es zum Täuferviertel. Wo zieht es euch hin? Weiß ich, wo ich zu dieser Zeit Jakob Täufer finden kann? Ja, wahrscheinlich in seinem Kontorhaus, darüber das Wohnhaus, unweit zwischen Fischtor und Karmeliterkirche ist das große Haus Täufer. Dann würde ich anbieten, vorzugehen und den Weg zu weisen. Dann folgt ihr. Wunderbar. Mach eine knappe Geste. Ja, ja. Du verlässt den Ring, kannst tatsächlich auch bei dir kurz reinschauen in eine der Seitengassen und siehst dort Stefan tatsächlich mit einem in einem beleuchteten Fenster eine kleine Lampe haltend das Rücken. Er hat die Papiere und deine Flaschen in der Hand. Nein, er hat nichts angefasst von dem, was er anfassen sollte. Und alles brennt, Lichterloh. Nein, du kommst am Ring entlang nahe des Marktes und siehst dort das zweistöckige Haus und das angrenzende Kontor von Haus Täufer. Ich denke, Jakob wird etwas verwirrt sein auf meiner Begleitung, aber ich denke mal, dass spätestens Genevieve ihn überzeugen kann, euch hineinzulassen. Ich klopfe einmal laut an die Tür. Ja, es ist mit der Nacht, es dauert, bis der erste Ruf eines Hausdieners kommt. Wer da zu Spätstund? Entschuldigt bitte, Dr. Helmon ist hier. Ich habe ein dringendes Geschäft mit Herrn Täufer. Täufer? Täufer. Wartet, wartet. Und ja, es dauert tatsächlich eine ganze Weile, bis dann Jakob Täufer aufmacht. Ein junger Mann mit tatsächlich gesunder Hautfarbe, dunkelbraunen Haaren, leicht heller während am gepflegten Bart, in einer ja, Robe, die er sich schnell übergeworfen hat, mit etwas müden Augen, ja, knappe 20, bisschen älter. Jakob, mein Freund, es tut mir leid, dass ich euch zu so später Stunde aus dem Bett habe klopfen müssen, aber es gehen Leute mit Fackeln umher und ich dachte, ich sehe einmal nach euch diese Dinge zu Ordnung gekommen. Ja, das wohl, mit Fackeln. Und er schaut an dir vorbei, zu der Nonne, dann zu Genevieve, ein bisschen länger. Der Junge Schönborn ist in eurer Begleitung. Müssen wir deswegen eintreten. Er guckt kurz zurück in den Wohnraum. Ich müsste euch etwas erklären, aber ihr seid Freund des Hauses, also kommt, kommt rein. Habt Dank. Schwester Oberin, verzeiht, meine Aufmachung, ich lasse mir meinen Mantel gleich bringen. und ihr seid Schatz Genevieve eine Reisende. Jakob Täufer, aus Täufer steht euch, bitte kommt rein und Junge von Schönborn in dieser Nachtstund, wie geht es eurem Herrn Vater? Ich verziehe euren Onkel, sorry, er fragt nicht seinen Vater, Limburg kennt er gar nicht. Selbst er muss direkt an meinen Vater denken. Er fragt nach dem Onkel, wie geht es Walter? Täufer, mein guter Mann, unsägliche Dinge gehen vor sich. Kommt rein, kommt rein. Es waren, es waren, ich vergesse den Namen, wie ist das? Anschwieg, von Anschwieg hier. Anschwieg, es waren die Anschwiegs. Sie haben den Pöbel aufgehetzt gegen meinen Onkel und das Haus niederbrennen lassen. Stellt euch noch vor, wir sollten alles weiter drinnen besprechen. Trosteldeue Stimme, ich hörte davon, ich hörte davon, er schließt die Tür. Ihr seid in einer kleinen Stube und tatsächlich lässt der Diener, der euch gesprochen hat, lässt ihm jetzt einen Mantel, den er überwirft, in den Täuferfarben. Das ist ein ein Senfgelb und dazu gedecktes Braun, der sich überwirft. Noch einmal verzeiht, ich bin, ich konnte auch nicht schlafen. Mir kam die Kunde, was, was dort passiert ist, im Haus Schönborn und ich hörte, die Flammen sind gelöscht, aber ich habe keine Kunde von Walter und bin jetzt froh, dass zumindest du Sekundes es geschafft hast, aus dem Pöbel zu entkommen und ihr seht hinaus aus der Stube eine Küche und dort einen riesigen Schatten in der Tür stehen. Riesig heißt, er berührt die Decke, das nicht sehr hohen, der nicht sehr hohen, wenn der aber trotzdem höher als ein einfaches Bauernhaus, das ist schon ein zweischdeckiges Fachwerk, von dem wir hier reden und dieser Schatten füllt fast die gesamte Tür aus und Jakob schaut in die Richtung und ich sie waren auch hier Sekundos, sie waren auch hier Läufer, was geht hier vor sich? Leopold und Leopold kommt mit einer Lampe nun ich hörte vor einem Tag von Anspiegsanschuldigung und ich hörte, dass er dieses Pack diese Söldner ich lasse das nicht drauf kommen ich habe gutes Geld und gute Kontakte und er nimmt diese Laterne und geht in die Küche hängt sie oben ein und ihr seht eine Kreatur dort stehen aus Stein und Lehm gebaut eine Golem gute Kontakte zum Rabbiner ja ja das jüdische Viertel ist nicht weit Kameliter Kirche dahinter die Synagoge und ich habe den Rabbiner Herli zum Hilfe gebeten was soll das sein das ist ein Golem ich trete ich trete an den Golem heran steht wie eine Statue unbewegt da kann ich Feuer in seinen Augen oder in seinem Mund sehen du siehst nichts in seinen Augen in seinem Mund du siehst einen großen Haufen Lehm als große massive Gestalt geformt der Mund zu einem Spalt offen die Augen ebenfalls aus Lehm ist der Spalt weit genug dass ich reingreifen kann du kannst du kannst mit den ich sag mal Fingern bis zu den Fingerknöchtern kannst du reingreifen ja oh werte Frau da ist ich trage den Schem bei mir ich lass das nicht auf mich kommen oh nein faszinierend Täufer ich ich wusste gar nicht dass ihr diese Seite an euch habt ja für wahr sollen doch sollen doch anschwieg Söldner hier anrennen und und zu Matsch zerschlagen werden ich weiß dies zu schätzen wahrlich trefflich getan Täufer ja sicherlich wird das für einige Erheiterung sorgen aber es wird den eigentlichen Konflikt nicht lösen ganz im Gegenteil wenn dies passiert und deswegen sind wir hier Jakob wir wollen dass das aufgeklärt wird dass diese Anschuldigungen ein für alle mal fallen gelassen werden und dazu gibt es nichts anderes als dieses Ding zu finden was nachts umherstreift und Mensch und Tier auseinanderreißt ein Wolf ein großer mein Gott die Wälder sind nicht weit am Rheinufer entlang gibt es ganze Horden davon ich lasse mich doch hier nicht zum Mörder machen aber zur Bestie wie ihr sagt habt ihr gehört was passiert ist in der Nacht heute es ist schlimm er hat gesagt dass wir euch dazu machen wollen nein ich rede von Anschwieg Schwestern verzeiht das meine Stimme höher aber er schreit heraus und nun der Tropfen der das Fass zum Übergelaufen heißt und ich kann ihm das nicht verdenken aber wir waren das nicht heute Nacht sein Sohn wurde geschlachtet von der Bestie Anschwigs Sohn ja in der Dämmerung Rolf Rolf von Anschwieg wo sein Erstgeborener in der Tat soviel ich weiß hatte er ja nur Rolf und die Tochter die vor ich glaube mit jungen elf Jahren an dieser Krankheit zugrunde ging so dass Rolf sein einziger Erbe nun jetzt auch von eben jener Bestie wo fragt ihr wo ich glaube am Schützenhof das heißt zuerst trifft es einen Büttel der von Anschwieg und jetzt den Erstgeborenen eine Markt eine Markt war die zweite und nun tatsächlich der Sohn trotz Schutz von den Schwaben Söldnern hat er seinen Sohn geliebt hat er seinen Sohn geliebt ihr stellt Fragen Schwester ich muss sagen über den Handel hinaus hatte ich mit Anschwieg wenig zu tun ich weiß nur dass er hat er jemals in Stolz von ihm gesprochen oder in Verachtung in Stolz in Stolz ob das Liebe ist kann ich nicht beurteilen aber ja waren seine Augen warm wenn er seinen Namen gesagt hat Schwester ihr lasst mir einen Schauer über den Rücken aber vielleicht ist es auch die Kälte von draußen ich kann mich da nicht erinnern dran warum ein Schauer von Liebe zu sprechen ein wärmeres Gefühl kennen wir nicht es ist eine anstrengende Nacht und er mit dem Rücken kommt er an den Golem ran der so leicht zittert verfolge ihn kommt unengenehm nach und ich lege meine Hand an die Schulter der Mutter Oberen und sage was es gibt keine Grund ihm Angst zu machen die Mutter nicht Angst ich bin nur der Worte ich versuche mich zu erinnern wie er gesprochen hat von seinem Sohn ich nicht nicht viel lasst es mich so sagen er hat mehr den Tod seiner Tochter damals moniert als dass er lüblich von Rolf gesprochen hat aber nun es war der einzige Erbe der anschwiegs er sieht den Untergang seines Hauses dies mag Gefühle hochpeitschen unabhängig seiner persönlichen Neigungen und ja ein adeliger Vater hat immer eine gewisse Liebe zu seinem erstgeborenen Sohn und ich sage er ist die Zukunft des Hauses er schiebt es uns zu wegen diesen verdammten Thron dem Thron nun ja der kleinliche Streit Anschwieg ist eindeutig ein Wälfer er ist Unterstützer von Otto und war der erste der laut schrie dass die Krönung zum Dom Unrecht war und illegitim aufgrund des falschen Ortes das sind nun ich und euer Onkel Sekundus wir sind ganz klar Staufer auf Philips Seite ich denke dass aus diesem Grund halte ich nichts von diesem ganzen Streit und von diesen weltlichen Dingen letzten Endes landen wir doch alle vor dem großen Kalleichmacher nackt und bleich ja aber bis wir da landen müssen wir uns mit den weltlichen Dingen befassen weil die sich auch mit uns befassen Doktor aber die Frage ist hat er seinen Sohn geliebt denn war er ihm gleichgültig oder nur ein Spielstein so ist es leicht ihn zu opfern aber hat er ihn geliebt und die Anklage die der Neugeborene hier unser kleines flügge gewordenes Neugeborene der Neugeborene wenn man ein Alter ablegt versteht ihr nun die Mutter spricht in Bildern zuwörtlich wilden Bildern verzeiht lasst lasst mich aussprechen verzeiht es ist schwer genug sich festzuhalten an seinen Faden dieser Gedanken nein wenn er seinen Sohn geliebt hat und danach so wie es im Raum steht als Anforderung als Anklage ihn getötet hat um seine eigenen politischen Ziele voranzutreiben so ist er ein wirklich wirklich ernst zu nehmender Gegner denn das eigene Kind zu opfern für ein höheres Ziel haben nur die Größten jemals verbracht und selbst Abrahams Hand wurde gestillt der Herr Täufer wird sicherlich dort nicht viel weiter wissen als wir deswegen wird es wahrscheinlich notwendig sein dass wir selbst einmal zum Haus Anschwieg gehen wie bereits vorgeschlagen um genau diese Frage zu beantworten Herr Renn denn auch für mich ich finde das auch als eine sehr interessante und vor allem springende Frage die geklärt werden muss bevor wir zu weiteren Schlüssen kommen Häufer so bleibt noch eine Frage die alternative Theorie wenn Anschwieg selbst tatsächlich Opfer ist in all dieser Geschichte wer hätte das größte Interesse daran sein Haus vernichtet zu sehen nun verzeiht aber er ist definitiv Opfer denn er hat drei Tote zu beklagen durch die Hand wem auch immer ich meine natürlich Arme Anschwieg sagt so Schönborn unsere Stadtwache weiß die Stadt zu beschützen auch wenn die Mauern Risse und Löcher aufweisen durch das Schleifen bin ich mir sicher dass kein wilder Wolf hier durch die Straßen läuft dementsprechend reden wir natürlich nicht von dem einfachen Bild den die Bauern draußen schreien einer Bestie sondern von jemandem der sehr gezielt gegen Haus Anschwieg geht ja wen haben sie leid getan wem haben sie Unrecht gegeben eine solche Geduld sich aufzuarbeiten von einem Büttel über eine Dealerin bis hin zum Sohn und in den Schatten zu bleiben und zu warten und sich langsam zu nähern und zu kreisen in einer Spirale die sich enger zieht das braucht großen Hass ja und ich meine nun wir waren nicht gut Freund wie steht ihr zu dem Haus ihr habt es gerade beurteilt natürlich wir waren nicht gut Freund und nicht verschwägert aber wir waren auch nicht in der Konkurrenz mein Handel dient wie gesagt alles was im westlichen und darüber hinaus und mit Anschwieg war eher angetan ich glaube hoch ins Rheinland zu führen und ich glaube wir sind uns nie im Handel in die Quere gekommen ich weiß nicht woher die Anschuldigungen kommen außer von diesem kleinlichen Streit des Thrones ansonsten sind wir uns nie verquer gekommen hat er noch jemanden außer die beiden Familien die bereits erwähnt wurden angeschwärzt oder beschuldigt nein jedenfalls nicht in seinem Zorn und seinen seinen paranoiden dem Thronstreit entspringen dieser Konflikt könnte man versucht haben ihn zum Schweigen zu bringen um den von ihm favorisierten Königskandidaten zu schwächen wie Schwester Oberlin schon sagt welch Hass muss dahinter stecken solche Kreuhtraten vorzuschieben und welch dunkle Geduld das alles für die Herrschaft über das was wir leben nennt nun dann sollten wir nun vielleicht weiterziehen wenn wir keine weiteren Informationen mehr von unserem geehrten Herrn Täufer erhalten verzeiht nein nein Jakob wir verzeihen wir bitten um Verzeihung dass wir euch zu Spiele Stunde stören ich bitte um Verzeihung ihr habt uns sehr geholfen wenn euch noch etwas anderes in den Sinn kommt meldet euch danke Helmon und ja blickt nochmal auf diese sehr seltsame Schwester die ihm nicht verzeiht und ähm äh Leopold lasst die Herren zur Tür die Nacht ist fortgeschritten und ich versuche jetzt nun und ihr tappt an den Golem in der Küche zu schlafen und ja als wir in der Tür stehen drehe ich mich nochmal um und sagt die Geschäfte mit den Giovannis laufen die gut oh ja 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 ich habe tags drauf mit zweien von ihnen gesprochen Mailand Mailand Interessant auf jeden Fall genau das ich konzentriere mich jetzt mittlerweile weit in den Süden hinaus wir sind uns nie in die Quere gekommen ich kann mir diese Wut nicht erklären außer ich kann es nicht erklären und er legt dem Golem tatsächlich einen Zettel in den Mund bevor er die Küchentür schließt Leopold der Hausdiener öffnet die Tür und hält bei Sekundus noch einmal an und mein Herr ja guter Mann es ist nicht die Art zu lauschen aber wenn ihr wirklich jetzt Herrn Anschwieg besuchen wollt ich habe ich kann ich kenne den Mario Domus Friedreich der bei Anschwieg das Haus bestellt sehr mitgenommen als die Markt vor zwei Tagen blutleer in der Gosse lag hat sich einen getrunken hinten am Markt und geredet und geschwätzt wie so machen wenn man sich trifft meistens sind die Diener sich enger als die Herren Friedreich sagte mir dass die Anschuldigungen die meinen Herren so verwirren und ich mag es nicht auszusprechen aber sie kommen von üblen Träumen von Nachtmachen die Herrn Anschwieg seit Wochen heimsuchen er nimmt diese Träume als Deutung und ich weiß nichts genau aber Friedreich sagte es liegt eine Insomie in seinem Herrn und diese Träume sie sie haben ihn wohl dazu gebracht dass er nun die Finger auf Haus Täufer und Haus Schönborn auf euer Haus gereckt hat ich hielt Anschwieg immer für vernünftiger als das ein pragmatischer Spieler um die Macht wie wir alle ja doch wenn die Stadt destabilisiert wird von solchem Wahnsinn ihr habt gut daran getan mir dies zu erzählen wir werden das wieder ins Lot bringen aber Leopold ja Herr Heimon der junge Herr war nie hier ich zeige auf Sekundas von welchem herrn redet ihr wir alle waren heute nacht nicht hier zu besuch ich wünsche eine angenehme nacht herrschaften die nie hier waren und Leopold schließt die türen die frage ist die räume also ja was wisst ihr über derlei Phänomene die frage wollte ich auch stellen herren träume träume sind manchmal einfach nur das träume gerade bei sterblichen doch scheint es ein seltsamer zufall meint ihr nicht auch ja nein mir scheint als wäre es absicht mir scheint als würde jemand ihn diesen anschrieg quälen wollen auf jedem Weg der sich greifen lässt und auch darüber giften seine träume zu träufeln ich bezweifle dass er mit der gabe geboren ist ansonsten wäre er nicht der der ist wer hat eine fähigkeit anderen in die träume hinein zu spucken der mond t jaja gibt es auch einige tinkturen oder dergleichen die so etwas vorersagen können sicherlich nicht so gezielt aber Und niemand weiß, was Haus und Clan Tremere alles vollbringen kann. Das sowieso. Ich meine, immerhin kümmern sie sich ja um diese Stadt. Sie halten sie zusammen. Sie halten sie zusammen. Wir leiden. Und es macht sich eine weitere mentale Notiz, ob des Respekts vor den Älteren, aber sagt erneut nichts. Dann sollten wir uns wohl mit diesem Hofdiener vom Haus an Schwieg unterhalten. Die Frage ist nur, ob er noch zumechungsfähig ist. Vielleicht sollten wir zuerst an den Ort gehen, an dem der junge Herr an Schwieg gestorben ist. Oder dies. Solange die Spuren noch frisch sind. Nun könnten wir wirklich rum meine Eischel gebrauchen. Wo ist sie? Und sie geht heute ihren eigenen Angelegenheiten nach. Oh, führen ihre eigenen Angelegenheiten? Und sie zufällig wieder zurück zu euch, wenn wir sie so gut gebrauchen können? Ich gehe fest daran aus, dass sie zu mir zurückkommt. So wie sie immer zu mir zurückkommt. Sehr gut. Und folgen wir weiter eurem Gefühl. Dorthin, wo der junge Herr gestorben ist. Ihr Volk durch die Gassen der Stadt und steht bald unweit der westlichen Mauer. Das eigentliche Domizil tatsächlich der Familie Anschwieg am Weiler. Der kleine namensgebende Weiler ist dort auch und ebenfalls das Schützenhaus. Ein großer Stall, Häuser der Bediensteten und eine provisorische Garnison, die hier aufgebaut wurde, um die Stelle herum und dem Söldnertrupp Schwabengold ein Quartier bietet. Und die stehen auch nicht nur im Schutz des Tages, sondern auch in der Nacht zu dritt momentan Patrouille. Es sind unglaublich viele Laternen entzündet, als ob man um Anschwieg die Nacht zum Tag machen will. Und ihr könnt von Weitem die Angriffsstelle, nämlich den Schützenplatz selbst sehen, in dem eine kleine Bretterbude, würdet ihr sagen, niedergerissen wurde. Ansonsten keine großartigen Blutflecken oder sowas. Also der abendliche Angriff scheint schon vorbei. Und dafür ist jetzt die Nacht und die Wache angebrochen. Nehme ich irgendwas wahr? Tatsächlich, außer den Gesprächen von den Wächtern, hörst du, wie sich ein Fuhrwerk anscheinend aufmacht, die gepflasterten Straßen herunterzufahren, von Hausanschwieg aus. Und gibt's, also hier, wir sind jetzt genau da, wo der junge Anschwieg angegriffen wurde. Also ihr seid nicht auf dem Gelände, sozusagen, aber ihr seht, ja, das recht große Domizil des Anschwiegs. Und der Platz ist quasi hinter den Wachen. Genau. Und der Wagen, der sich gerade wegbewebt, können wir irgendwie, also ich weiß nicht, kann ich riechen, ob das der Leichnam ist oder so? Nein, du würdest sagen, tatsächlich, der Wagen ist von einem einfachen Zugpferd gezogen und du siehst darauf eine Person, spürst den Puls, ist ein Sterblicher und mehrere Kästen dahinter und ein zusammengewickelter Teppich. Das sieht nicht nach Leichnam aus und du riechst vor allem Hamon, hier ist kein Leichengeruch mehr. Das ist vor Stunden passiert. Und dieses Fuhrwerk biegt jetzt aus dem großen Tor, was hinter ihm geschlossen ist, raus und fährt in Richtung Süden an euch vorbei. Und ja, auf dem Kutschbock ein älterer Herr mit kalem Schädel, höchstens hinten noch ein bisschen Tonsur, der aber dann in einen prächtigen Backenbad übergeht und in den wasserblauen Farben von Anschwiegs Hauswappen sozusagen gekleid ist und in der Nacht mit einer kleinen Lampe am Fuhrwerk anscheinend noch Waren verlädt. Ich bin bei euch langsam mal, sag Gott zum Gruße. Gott segne euch. Und euch. Wie gesagt, kommt ihr von den Anschwiegs? Ja, in der Tat, Friedreich mein Name, Friedreich Bucker, ich bin der Majodomus und seid mir nicht böse, aber es ist, ähm, ihr habt vielleicht von den Vorfällen gehört. Ja. Es ist gefährlich in der Nacht hier auf der Straße. Wer würde es denn wagen, mich anzugreifen und Hand an mich zu legen? Ha. Eine gute Frage, aber bisher, gut, es gab noch keine. Stille WF denkt darüber nach. Hand an. Einfach so. Hab dich dann gefasst. Ja, wer wird es wagen? Das hatten wir auch gedacht bei unserem lieben Rolf. Wehrhafter Bursche hat in der frühen Abendstunde hier mit der Armbrust geübt. Wird morgen verkündet. Es gehen bereits schon Gerüchte um, die sich verbreiten. Schneller als ein Feuer in trockenem Baum. Wenn man versuchen will, ihnen sofort zu kommen, Friedreich, was wisst ihr, was geschehen ist? Was geschehen ist? Nun, ich kam erst an den Ort, als es geschehen war und kann mich auf die Worte der Wachen erspuckt aus. Ich kann mich auf die Worte der geheuerten Wachen verlassen. Ich sag mal, so groß wie, und er schaut auf Sekundus, vielleicht noch einen Kopf höher als der Herr hier. Über und über mit Fell. Eine schreckliche Fratze. Ihr müsst denken, ich rede in Zungen, aber ich kann nur wiedergeben, was mir gesagt wurde. Klauen, so groß wie mein Gesicht. In Rasiermesserscharfen, Krallen endend. Es kam wohl vom Dach. Hier, das da. Über den kleinen Schuppen. Hier haben wir das Schützenhaus. Und ein Sprung. Vielleicht zwei. Sie kamen gar nicht daraus, ihre Waffen zu ziehen. Und die sind trainiert. Kosten viel. Sind teuer. Söldner Pack. Und dann hat es wohl den jungen Herrn Rolf mit einem Maul, ich kann es nicht fassen, den Kopf bis zur Schulter verschluckt. Aber nur ihn, nicht die Wachen? Nein, die Wachen sind, einer hat eine Wunde an der Schulter von den Krallen. Und der andere, einer hat wie ein Pferdetritt umgestoßen. Aber sind, sind, sind am Leben, werden versorgt. War es die gleiche Gestalt, die vor kurzem die junge Mark erschlagen hat? Es gab keine, keine Zeugen. Wer, ähm, Villa, wer Villa erlegt, also, vor allen Dingen, äh, wurde Villa, der beugt sich runter zu dir, hatte keinen Tropfen Blut mehr. Herr Heiligen, ich, ich schwöre, ich habe sie gesehen, Leichenplass und Blut leer, gerissen am Hals, aber, sowas habe ich noch nicht gesehen. Und Oskar, der Büttel, da war nicht viel übrig. Schlimmes geht vor, er im Haus anschwieg. Und ich, er schaut zurück auf seinen Wagen und bekreuzigt sich. Bin froh, wenn wir alles los sind. Aber sagt, ihr habt den Leichnam des jungen Herrn gesehen? Äh, ja, 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 ich sag... Wenn ihr was los seid. Wenn ihr was alles los seid. Ich möchte bitten, ich bin gottestreuer Mann, Schwester. Ich möchte bitten, dass ihr, dass ihr kein schlechtes Zeugnis über mich denkt. Ich tue den Handel... Alles kann euch vergeben werden, so ihr denn die Wahrheit sagt. Nun, was soll ich sagen? Das Anschwieg hat dunkle Magie auf sich geladen und jetzt, jetzt, jetzt haben wir es. Und er nimmt dich weiterhin anblickend die Plane weg und zieht ein bisschen von den Kisten frei. Und du siehst dort Gold. Zumindest Gold schimmern in dem schwachen Schein der Lampe. Und zwar kein Kreuz. Das ist ein Ankh. Ein goldenes Ankh, in dem kleine Bildchen hineingraviert sind. Und dahinter der Teppich, mehrere schöne Stoffe und eine kleine Statue aus Stein, ein liegender Löwe mit Menschengesicht. Bitte verratet's nicht, Schwester. Es ist Ketzerei. Es ist Handel gewesen. Und nun kommt das alles runter zu der Therme. Und wir sind es los und damit sollte der Fluch auch aufhören. Es hat ja also weit aus dem Süden geholt. Oh, Entschuldigung. Jeanne Wirf lässt ihre Hände über die Stoffe streichen und schaut die wunderschöne Machart verliebt an. Wunderbar, fein. Du siehst in den Stickereien kleine Schlangen eingewebt. Du siehst etwas, was aussieht wie ein Fluss. Du siehst Figuren. Ja, sehr, sehr hochwertig. Goldene Fäden rein. Kleine Statuen. Und wenn du so ein bisschen anhebst, siehst du eine gekrümmte Klinge, die in einen Griff übergeht. Eine Waffe, ein Schwert. Wie kommt ihr darauf, dass diese Heidenwaren etwas mit den Angriffen zu tun haben? Nun, wie kommt ihr nicht darauf? Er stößt sie jetzt ab. Es war teuer, teuer, teuer Gulden, die er bezahlt hat. Und jeder Pfennig zu viel, sage ich euch. Mein Herr. Aber solche Schönheit. Schön. Naja, sie sind verkauft, beziehungsweise waren es schon immer. Kommen jetzt runter zu dieser Hexe. Erstens, wo hätte diese Waren her? Und zweitens, was für eine Hexe? Ja, ich bin kein gescheiter Mann, Herr. Verzeiht, ich kenne mich in der Welt nicht aus. Aus dem Süden. Weiter noch weiter aus Italien. Und gebracht über Schiffe. Es hat ihm viel gekostet. Und er hat es für sie getan. Ich habe sie nur einmal gesehen. Es sind Monde her. Sie hat ihn umgeharrnt, wahrscheinlich. Seit dem Tod der guten Frau. Er ist, ich will nichts Falsches erzählen. Bitte beschreibt sie uns. Und er schaut auf Genevieve. Nun, wenn ich sagen müsste, sie sei schön für dich lügen. Sie ist ein Abbild eines Gemäldes, welches ich nie sehen durfte. Sie hat bronzene Haut und volle Lippen. Sie ist groß gewachsen und einer Königin gleich. Ich, verzeiht, was rede ich für ein Unsinn. Ich, ihre Augen waren, ich konnte nicht mehr an was anderes denken als ihre Augen, obwohl ich sie zu gleicher Zeit fürchtete. Herrin, ihr müsst schlecht über mich denken. Ich bin nur ein armer, einfacher Diener. Und ich bin froh, wenn der ganze Hunt dort ist, wo er hingehört. Kommt mir die Beschreibung bekannt vor? Du kennst sie nicht, nein. Nein, auch wenn sie ähnlich klingt, aber nein, das würdest du sagen, ist nicht. Oder weiß ich von einer Clanschwester hier in der Mainzer Domäne? Du, wie viele andere, wissen von einem Clan, der sowohl sich an diesem Tant laben könnte, als auch Domizile erweitert über ihr Heimatland hinaus. Die Setiten, die Kinder Setz. Allerdings weißt du weder, dass es in deiner Heimat ansässig wurde, noch dass es so etwas in Mainz gab. Von Lucille wusstet ihr nichts, von Lucia. Ich setze mal meine beste Priestermine auf und mein Sohn, mein Sohn, ich sehe, dies lastet schwer auf dir. Doch ich habe einen Weg, deine Seele zu entlasten von dieser Bürde. Willst du wirklich, glaubst du wahrlich, dass es im Sinne des Herrgotts ist, wenn du diese ketzerischen Waren jener Hexe überreichst? Gib sie in die Obhut der Kirche und deine Seele soll gereinigt werden. Wir befreien dich von dieser Bürde, die Schwester und ich. Er presst die Augen zusammen, schaut zu Maria, dann wieder zu dir. Ihr seid der VK Schönborn, richtig? Ich bin der VK-Stick. Untertitelung des ZDF, 2020